Hohen Besuch bekamen die beiden Panda-Babys im Zoo-Park de Beauval im französischen Departement Loire et Cher. Staunende Gäste waren Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé und die Olympiasiegerin im Synchronspringen Changiaki. Sie haben die Patenrolle für die gut drei Monate alten Vierbeiner übernommen. Per Internet-Abstimmung wurden ihre Namen Juan Dudu und Juan Lili ausgewählt.